Hallo Freunde, heute ist Nikolaus und am Nikolaus bekommt man meistens etwas in einen Stiefel gelegt, weil man Stiefel vorher geputzt hat und dann freut man sich sehr und kann dann etwas schnackulieren, schnackulieren, essen oder man kriegt andere Dinge, die man nicht essen kann, aber ist ja vollkommen egal. Jedenfalls dazu muss man vorher putzen. Und ich habe mir das mal zum Anlass gemacht, dass ich einfach vielleicht mal nicht nur bei mir die Schuhe putze, sondern auch den ganzen Rest, der es nötig hat. Da. Ich habe da die ganze Woche gebraucht, schnell, so, ja. Ich glaube, das reicht schon als Demonstration. Das ist jetzt mein Projekt und ich würde sagen, ein Moment, in drei, zwei, eins ist alles anders. Also ich habe schon, oh, meine Haare stehen ab. Ich habe jetzt schon ein bisschen aufgeräumt, den ersten Sauhaufen, äh, der erste Sauhaufen ist natürlich weg. Und da, da guckt, man kann schon wieder den Boden sehen. Und es wird hier weiter geschmückt. Da, unsere Weihnachtspalme. Und wo ist der Finger? Ja, guckt, da ist eine Kerze. Und da wird wahrscheinlich jetzt gleich ein Räuchermännchen aufgebaut. Und da ist das Paket von den Nachbarn. Ich vollende jetzt unsere ausgeglichene und bombastisch große Weihnachtsdeko mit diesem zarten Grottendorfer Tannenduft. Die einzig Waren. Ich glaube, das wird trotzdem warm. Das ergibt trotzdem den Fleck. Ach, okay. Nur so. Und ergibt auf alle den Fleck. Ich finde das wunderschön. Ja, ich finde auch. Hier sind auch schon die Geschenke. Guck mal. Nein, nein. Geh weg. Oh, den muss ich auch mal aufräumen. Hm, hm, Wäsche. So, das Zimmer ist endlich hübsch. Man kann das mal zeigen. Ich habe mir wirklich was zum Nikolaus verdient. Ich freue mich schon. Ach, mal sehen, was ich diesmal haben werde. Also ich finde, ich habe eigentlich gut aufgeräumt, oder? Ja. Wunderschön. Selten so schön gesehen. Mein Schreibtisch ist auf. Aber hattest du noch Besuch? Nein, eigentlich nicht. Okay. Dann gucken wir doch mal. Dann gucken wir doch mal, wer jetzt da ist. Michael, du warst ein böser Junge. Deswegen kriegst du nur Nudeln. Ich krieg Nudeln. Ey. So ein Sack. Hast du, Fetty, hast du nie noch was vergessen? Ganz ehrlich. Was? Hast du nie was vergessen? Ach so. Ah, ja, 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 ja. Der Nikolaus-Sack. Bitteschön, bitteschön. Der Nikolaus kann ich mal richtig essen. Nudeln. Ich liebe deinen Weihnachten. Was liebst du? Weihnachten. Das sieht aus. Ich will jetzt mein Geschenk geben.